Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Elena Huelva hat den schweren Kampf gegen den Krebs verloren. Die Influencerin veröffentlichte ihren Weg und Umgang mit der hartnäckigen Krankheit seit Jahren auf ihren Social-Media-Profilen. Dabei zeigte sie sich stets positiv und gut gelaunt. Ihre Geschichte verfolgen mittlerweile etwa 977.000 Follower. Doch offenbar konnte sie nichts gegen den Krebs ausrichten, Elena starb im Alter von gerade einmal 20 Jahren. Elenas Familie verkündete ihren Tod in ihrer Instagram-Story am Dienstag. Seit heute Morgen tanzt Elena und schaut von ihrem Stern auf euch herab. Danke für alles, lautete das kurze Statement. Die Spanierin soll an einer seltenen Form eines bösartigen Knochenkrebses gelitten haben. Die Krankheit nennt sich... Hey guys, this is Gansham. Then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.